Über mittlerweile 20 Jahre hinweg hat sich Pfanner einen Ruf als Spezialist für Schutzbekleidung aufgebaut. Die Pfannerprodukte orientieren sich dabei an den Bedürfnissen ihrer Benutzer und überzeugen so durch innovative Lösungsansätze. Schutzhelme für die Waldarbeit waren bis dato minderwertige Produkte, die auf billigen Bauhelmen basierten. Hier setzt der Protos Integralschutzhelm Pfanners jüngste Produktinnovation an. Der Marktreife ging eine zwölfjährige Entwicklungszeit voraus. Pfanner sicherte sich im Zuge der Entwicklung fünf internationale Patente, den Designschutz sowie den Markenschutz. Protos Integral kombiniert Tragekomfort mit Sicherheit. Hervorzuheben sind dabei der integrierte Gehör- und Gesichtsschutz, die spezielle Dämpfungskonstruktion, die Durchlüftungskonstruktion, die geräuschlose Bedienung des Uhrenschutzes und die extreme Belastbarkeit aller Bauteile. Der Protos Integralhelm wird mit Teilen aus dem Bodenseeraum produziert. Die Wertschöpfung in der Region stellt die bestmögliche Qualität sicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017